was geht ab meine youtube freunde und herzlich willkommen wieder mal auf mitmann live es wird ein kurzes video sein es folgen noch viele weitere videos ihr wisst ja wir sind aktuell in italien auch auf der messe aber heute machen wir gerade so ein ausflug in mirabilandia zu dem zeitpunkt wo ihr gerade das video anschaut bin ich wahrscheinlich schon längst in deutschland aber ich habe für euch richtig schöne neuigkeiten die erste mega geile neuigkeit ist pass mal auf dass ihr auf alle geräte die von autel und lounge sind außer lounge groß mini das eher nicht aber lounge x4 31 v plus 4.0 autel mk mp 808 mit ts ohne ts da habt ihr aktuell rabatte aber richtig geile rabatte schaut mal vorbei das kostet genauso viel wie bei ebay aus ihr bekommt natürlich eine rechnung mit ausgewiesene mehrwertsteuer unseren support whatsapp support telefonsupport ist immer etwas schwieriger aber whatsapp und e mail einfach anschreiben und leute noch eine neuerung was jetzt das mk 808 haben wird und mk 808 ts was glaubt ihr ihr könnt bald mit diesen geräten auch steigli test durchführen also aktiv test ihr könnt damit aktoren ansteuern sowie damals nur bei dem mp 808 möglich war und das mp 808 und mp 808 ts könnte dann auch steuergeräte kodieren aber natürlich nicht mit den neuesten protokollen also für private leute oder so kleinere werkstätte langt es auf jeden fall aus professionelle werkstätte die wissen ja nichts ist besser aktuell als top dann top dann phoenix max ist auch extrem gefragt schaut einfach mal vorbei top dann phoenix elite und smart und wie sie alle heißen ich finde es richtig geil ich freue mich auch auf die messe da sind wir in italien mit top dann schaut mal die süßen an ja die sind grad happy ich bin grad happy leute also nicht zu vergessen das angebot mit dem rabatt gibt es aktuell nur bis zum fünften juni also circa eine woche nichts wie zu schnappen wir haben jetzt schon auch zwei minuten drauf also meine freunde ich hoffe euch geht es gut mir geht es aktuell auch gut und man sieht sich bis demnächst euer mitmann live ciao